Herzlich Willkommen Leute, heute ein mega lustiges Video und zwar heute eine Live Reaction mit euch zusammen. Wir gucken uns hier meiner Meinung nach eins der besten Videos von Dr. Greger an, also von NutritionFacts.org. Ihr könnt schon die Dislikes sehen, so viele Dislikes, normalerweise hat er überhaupt keine Dislikes auf seinen Videos, du siehst den roten Balken nicht, aber hier sieht man, wow, das ist für seine Verhältnisse wirklich viele, viele Dislikes. Und wie es nun mal so ist, keiner mag dieses Video, aber ich sage, es ist eins deiner besten Videos ever. Ich glaube, noch mehr Dislikes hat er bekommen auf das Anti-Kokosöl-Video und gucken wir uns dieses Video hier an, wirklich eins deiner besten Videos. Ich habe so gelacht beim ersten Mal, wo ich das gesehen habe. Ich habe das Video jetzt schon mehrmals angeguckt, bestimmt drei, vier, fünf Mal und wir gucken uns das einfach mal zusammen an. Ich versuche euch das mal zu übersetzen. Ich habe hier Untertitel auch angemacht, damit ihr auch mitlesen könnt. Das ist vor allem für die Leute gut, die kein Englisch können und einfach seine Videos nicht gucken können. Das ist natürlich super, super bad, weil man muss Englisch können. Das Problem ist hier natürlich, ich kann mir vorstellen, dass mir deutsche Wörter fehlen werden. Ich weiß, was das auf Englisch heißt, aber nicht auf Deutsch. Von daher kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen hängenbleiben werde. Aber wir gucken uns das einfach mal an, eins deiner besten Videos. Hier geht es über Dr. Gundry's The Plant Paradox. Das Buch heißt auf Deutsch Böses Gemüse. Diese kennt ihr vielleicht, habt ihr schon mal gehört. Und auf jeden Fall gucken wir uns einfach mal an, was der hier zu diesem Buch sagt. Weil der hat viele, viele Zuschriften bekommen. Immer weiter, immer weiter Zuschriften, dass er endlich mal seine Meinung zu diesem Buch sagen soll. Das ist halt ein Buch, das sagt, Pflanzen sind schlecht, weil da sind Lektine drin zum Beispiel. Und die ruiniert deine Gesundheit. Und der ist halt Doktor. Und von daher weiß man jetzt nicht, ist das tatsächlich so? Sind tatsächlich Pflanzen ungesund für uns und so? Das ist halt genau wie Bücher hier, Weed Belly und diese ganzen Sachen. Das ist der größte Trash, den man sich nur vorstellen kann. Aber natürlich, es erzählt den Leuten gut über ihre schlechten Gewohnheiten. Und von daher mag das natürlich jeder. Gucken wir uns hier einfach mal an, was Dr. Greger über das Buch The Plant Paradox sagt. Also der hat immer weiter E-Mails bekommen, dass er dieses Buch kommentieren soll. Ja, so in den Pflanzen sind ungesunde Sachen drin, die dafür sorgen, dass du krank wirst und Gewicht zunimmst. Das ist ganz klar. Deswegen jeder, der Tierprodukte isst und anfängt, sich nur von Pflanzen zu ernähren, verliert sein ganzes Körperfett. Ja, aber hier steht schon mal auf dem Titel des Buchs, dass man davon zunimmt, wenn man Pflanzen isst. Okay. Es geht da vor allem um Bohnen, Vollkorngetreide und Tomaten. Warum? Weil Lektine. Und warum ist das so? Es sind die Lektine, sagt er im Buch. Es ist wohl etwas, hat irgendwas damit zu tun mit der Blutgruppendiät. Ihr kennt Blutgruppendiät, das Buch wurde zwölf Millionen Mal verkauft. Also der Typ hat sich da dumm und dämlich verdient mit diesem unfassbaren Unsinn. Aber oh well. Ja, das ist halt eine neue Form, genau wie die Blutgruppendiät, dieser unfassbare Schwachsinn. Und jetzt kommt, ja, die neueste Version davon natürlich. Pflanzen sind ungesund. Das Buch wurde geschrieben von einem Medical Doktor. Und wenn ihr das Video von ihm gesehen habt, dann wisst ihr, dass das ein Doktortitel eine Disqualifikation ist, was ich euch immer hier predige, schon seit Jahren auf meinem Kanal. Weil sobald jemand sagt, er ist Doktor oder Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, Diätologe, dann wisst ihr, alle Alarmglocken müssen da klingeln. Weil er hat eine offizielle Ausbildung. Und das, was er offiziell lernt, ist das, was die Industrie ihm vorgibt. Ja, du hast während der Ausbildung so gut wie gar nicht, oder überhaupt gar kein Training bekommen im Fach Ernährung. Formal Training in Nutrition. Dr. Atkins was, after all, a cardiologist. Und Dr. Atkins war ein Kardiologe. Ja, wir geben ihm einen Vertrauensbonus, weil er halt Arzt ist. Ja, und das Problem aber in diesem Buch ist, der besteht nicht mal den Sniff-Test. Wenn Lektine schlecht sind, dann würde es ja bedeuten, Bohnen sind schlecht. Also ungesund, Bohnen ungesund. Oder Bohnen wären überhaupt das Allerschlimmste von allen, weil die ja vollgestopft sind mit Lektin. Ja, eins der Lektin-reichsten Nahrungsmittel, die es gibt. Das würde bedeuten, wenn man Bohnen isst, dann lebt man kürzer, weil das verursacht ja die ganzen Krankheiten. Ja, und das ist, wenn man sich die Wissenschaft anguckt, das hundertprozentige Gegenteil. Die ganzen Hülsenfrüchte sind eins der ausschlaggebendsten Indikatoren dafür, wie lange man lebt. Ja, je mehr Hülsenfrüchte du isst, also Bohnen, Linsen, Erbsen, umso länger lebst du. Auf der ganzen Welt haben das die Studien gezeigt. Dan Buettner hat ein Buch geschrieben, das heißt Blue Zones. Kennt ja Blue Zones, das sind die Orte auf der Welt, wo die Menschen am allerlängsten leben. Und der hat herausgefunden, dass die Lektine sind ganz genau das, was die Menschen am längsten leben lässt. Also die Lektin-reichsten Nahrungsmittel sind ganz genau die Nahrungsmittel, die in den Blue Zones am meisten gegessen werden. Ups. Hier sieht man zum Beispiel, das in der Mitte, also die ganzen Ernährungsformen von den Blue Zones und in der Mitte sind halt die Nahrungsmittel, die sich bei allen überschneiden, die alle essen. Und das sind, ja, Lektin-haltige Nahrungsmittel. Longevity Blue Zones around the world. The most lectin-lush food there is. Und wenn Lektine schlecht sind, würde das auch bedeuten, Vollkorngetreide wäre ungesund. Er ist ja auch vollgestoffen mit Lektinen. Wenn in Wirklichkeit, guckt man sich die Wissenschaft an und es ist das hundertprozentige Gegenteil. Die ganzen Lektine, ja, das ganze Vollkorngetreide sorgt dafür, dass dein Risiko für koronare Herzerkrankungen sinkt. Der Nummer eins Killer in der Welt. Und weniger, also das Risiko sinkt für Hirninfarkt, für Total Cancer, also jede Form von Krebs und Allgemeinsterblichkeit. Also Menschen, die mehr Vollkorngetreide essen, leben länger. Und kriegen weniger Atemwegserkrankungen, Infekte und Diabetes. Und alle nicht-kardiovaskulären Krankheiten und, ja. Und nicht nur in Populationsstudien. Du kannst sie auch randomisieren, die Studien. Interventionstudien, also da, wo tatsächlich was an einer Gruppe gemacht wird. Und da kannst du halt beweisen, dass es, ja, die Ursache dafür ist. Okay, du nimmst Menschen, du änderst das, ja, und bei der anderen änderst du es nicht. Und dann kannst du sehen, dass tatsächlich das der Auslöser ist, ne. Eine Interventionsstudie. Dasselbe mit Tomaten, Tomaten, auch. Sind auch vollgestopft mit Lektinen und du kannst da Frauen randomisieren in einer Studie. Und gibst ihnen dann Tomatensaft oder Wasser. Und die Entzündungen im Körper sinken. Und, hier in der Studie gezeigt, du nimmst ab davon. Und senkt deinen Cholesterinspiegel. Und Entzündungsmarker, Biomarker. Und als, er sagt jetzt, als die Menschen mir von diesem Buch erzählt haben, lass mich raten, er verkauft Antilektin-Nahrung, äh, Antilektin-Supplements. Lektin-Blocking-Supplements. Und natürlich tut er das. Antilektin-Supplements. Was do you know? Assist your body in the fight against Lektins? Für 80 Dollar pro Döschen. Für only 79, 95 a month. It's only like a thousand bucks a year. Tausend Euro pro Jahr, tausend Dollar pro Jahr. For pleasant bathroom visits. Damit man, ja, einen guten Stuhlgang hat zum Beispiel, steht da so, ne. Und dann, of course, there's 10 other Supplements. Und 10 weitere Supplements. Only 8.000 bis 9.000 Dollar pro Jahr. 8.000 bis 9.000 Dollar pro Jahr. You can lick those Lektins. Und du kannst Lektine weiter essen, weil du die ganzen Hämmer zu dir nimmst. Also die Nahrungsergänzungsmittel. Did I not mention his skincare line? Und er hat noch verschiedene Cremes und so. Firmin Sculpt for an extra 120. Und 120, äh, 120 Dollar irgendeine Creme für den Kopf. Und er hat einen VIP-Club. VIP-Club. Aber man will ihm trotzdem noch den Vertrauensbonus geben. Er ist immerhin ein Doktor. Und er hat dann gesagt, okay, es haben ihm immer weiter Leute E-Mails geschrieben. Da hat er gesagt, okay, ich blicke mal, ich werfe mal einen Blick ins Buch. Und ich checke mal die erste Quelle, die er angibt. In einem Buch steht ja irgendwas da. Und dann steht da zum Beispiel so eine kleine Eins. Und dann guckst du unten, was bedeutet Eins? Zu welcher Studie führt das? Und so beweist man halt die Sachen, die man sagt. Und ganz am Anfang, ja, das erste Kapitel, gucken wir an. Die erste Quelle wird hier genannt im Buch. Und dann steht da, vergesst alles. Im Buch steht, vergesst alles, was ihr bis jetzt dachtet zu wissen. Und dann steht da, vor der Quelle mit der Eins. Das Essen von Fisch und Eigelb reduziert dramatisch deinen Gesamtcholesterinspiegel. Ja, das steht da. Das steht da, mit Quellverweis. Oh ja. Und er sagt jetzt, was ist das für, was steht da, das kann doch da gar nicht stehen, oder? Und was ist das für eine Quellangabe? Gucken wir mal rein. Und das ist die Studie mit dem Quellverweis Nummer 1. Und hier ist es. Ja, und ihr solltet mittlerweile wissen, wie diese Studien funktionieren. Wenn man zeigt, irgendwas Tierisches ist gesund. Wie zeigt man, dass ein Produkt, das entweder vollgeschopft ist mit Fett oder mit Cholesterin, dein Cholesterin senkt? Du entfernst so viel Fleisch, Käse und Eier, dass die Gesamtmenge an Cholesterin, die Gesamtmenge an gesättigten Fetten, die du isst, wird halbiert, zum Beispiel. Da wurde 50 Prozent, also denen wurden Fisch oder Eigelb oder was gegeben. Und dafür wurden aber 50 Prozent der gesättigten Fettsäuren rausgenommen. Wenn du 50 Prozent der gesättigten Fette aus deiner Ernährung nimmst, wird dein Cholesterinspiegel natürlich fallen. Ja, sie haben einen Drop in Cholesterin, weil sie die ganzen tierischen Produkte entfernt haben. Ja, und das ist die erste Quelle, die er zeigt. Also eine Fake-Bullshit-Studie, um den Leuten wirklich, ja. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas machen kann. Das ist für mich einfach wirklich unglaublich. Als Doktor, ne. Und dann dieses Buch. Und das macht ja Schaden bei den Menschen. Aber gucken wir erstmal weiter. Er kriegt ja auch schon selbst einen Anfall und sagt ja, das ist unglaublich. Wie kann man so etwas machen? Das ist das Gegenteil von der Wahrheit. Da seht ihr immer der Cholesterinspiegel. Hier ist ohne Cholesterin, fällt der Cholesterinspiegel mit Eigelb, steigt der Cholesterinspiegel natürlich. Weißt du ja, vollgestoffen mit Fett, vollgestoffen mit Cholesterin. Und das hundertprozentige Gegenteil von dem, was im Buch steht. Wie konnte er sowas nur machen? Ja, und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Jetzt sagt er, das wäre ja nicht so, als wäre das irgendeine dumme Sache, wie zum Beispiel Die Erde ist flach. Ja, zu sagen, die Erde ist flach. Ja, und dass es tatsächlich ernst ist, weil Hart-Disease, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind der Nummer-eins-Killer auf der Welt. Und der sagt im Buch, dass die ganzen Tierprodukte, Fisch und Eier, dein Cholesterinspiegel senken. Dann isst du diese Sachen und verstopfst ja noch mehr deine Gefäße. Und das sorgt dafür, dass noch mehr Menschen am Nummer-eins-Killer der Welt sterben. Ja, das kann Menschen halt schaden. So viel, für meinen Vorteil der Wahrheit. Ja. Und das war das Video, also mega, mega mäßiges Video natürlich. Das sind halt die ganzen Bücher, ne? Plant Paradox und What, wie heißt das? Das Wheat Belly und, wie heißt das nochmal? Ja, Grain Brain, ja, dieses Brot, Brotfrusthirn oder wie das auf Deutsch heißt, wie auch immer. Und diese ganzen Bücher, die sind alle gleich. Es ist alles immer das Gleiche. Siehst du, der will überhaupt keine Zeit daran verschwenden. Du machst das Buch, du guckst auf das Buch. Eigentlich der normale Menschenverstand sagt dir, dass das nicht stimmen kann. Du hast ein Buch, da steht drauf, böses Gemüse. Ja, du weißt, dass das nicht stimmt, aber da du dich von Tierprodukten ernährst, willst du dir dein schlechtes Gewissen gutreden und willst zeigen, dass auch, ja, die Pflanzen, die sind auch schlecht. Das ist alles immer wieder das Gleiche. Das ist alles kognitive Dissonanz. Das ist alles schlechtes Gewissen beruhigen. Und das ist auch einfach ein Typ, der das Buch geschrieben hat, der sich damit wahrscheinlich dumm und dämlich verdient hat. Wie immer alle diese Bücher, die so einen Unfug erzählen. Und, ja, schlägst das Buch auf. In der ersten Quellangabe steht, Tierprodukte senken Cholesterin. Eier senken Cholesterin. Dramatisch senken die Cholesterin. Ja, das sind halt die Bücher. Und wenn du wirklich mal ein Doktor bist, so wie Dr. Greger und dann hier mal nachforscht, was heißt Quelle 1, welche Studie, was zeigt die Studie, Volltext der Studie, wie konnte sowas rauskommen. Merkst du auf einmal, ups, man tut Fisch rein in die Ernährung und entfernt alle anderen Tierprodukte und der Cholesterinspiegel sinkt. Und man zeigt, naja, man hat Fisch reingetan. Erzählt den Menschen nichts davon, was man removed hat. Nur, man hat Fisch reingetan, Cholesterinspiegel sinkt. Fisch senkt Cholesterinspiegel. Das ist einfach nur der absolute Witz. Und so ist es mit den ganzen anderen Büchern auch. Der ganzen Low-Carb-Päpste und Anti-Pflanzen. Dieser ganze unfassbare Unsinn. Aber ich meine, im Kern weiß es jeder Mensch, dass das absoluter Unsinn ist. Aber, oh well, was Menschen nicht alles tun, um sich ihr Gewissen gut zu reden. Und ja, guckt das Video bitte, gebt dem Video einen Daumen hoch. Lasst uns den roten Balken ein bisschen kleiner machen. Es ist einfach nur traurig, dass da Dislikes auf diesem Video drauf sind. Ich habe hier noch ein paar Kommentare geschrieben, wie Tyrannosaurus reckt. Und ja, es ist einfach nur, ich finde das Video so mega genial. Einfach so unfassbar gut, wie der den hier auseinandergenommen hat. Vom aller, aller Feinsten absolut genial. Von daher, Leute, ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Guckt es euch auf jeden Fall an. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht, mit euch zusammen das anzugucken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, jeder hat was gelernt. Vor allem, was Lektine angeht. Peace. Niemals vergessen, der Mensch ist ein Pflanzenfresser. Ja, deswegen ergibt das keinen Sinn. Peace out.